Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den In-Game-Markets-Morning-Call für Dienstag den 28. Dezember. Gut, und wir beginnen direkt wieder mit dem Tagesschart im DAX. Wir sind am Vortag deutlich angestiegen und konnten dann im Tageshoch 15.854 Punkte erreichen und befinden uns damit hier direkt im Widerstandsbereich um 15.800 bis 15.850 Punkte. Zuvor sind wir hier mal wieder nach unten abgeprallt, diesmal könnte der Durchbruch nach oben gelingen. Wir sind am Vortag bei 15.835 Punkten aus dem Handel gegangen und notieren vorwürstlich am heutigen Dienstagmorgen im Bereich von 15.870 Punkten erneut höher. Insofern könnten wir hier vor einem Durchbruch nach oben stehen und letztendlich dann die Marke von 16.000 Punkten anlaufen. Über 16.000 Punkte wäre dann hier das offene Gap bei 16.090 Punkten vom 22. November die nächste Anlaufmarke, welches dann bei einem weiteren Hochlauf geschlossen werden könnte. Gut, und dann machen wir weiter mit dem Monatschart im DAX. Da sind wir erneut hier am 10er EMA nach oben abgeprallt, nachdem wir zuvor den oberen Fibonacci-Fäger nicht nach oben durchbrechen konnten. Wir hatten hier ein vorheriges Verlaufshoch bei 16.290 Punkten gebildet und könnten nun möglicherweise langfristig erneut diesen oberen Fibonacci-Fäger anlaufen, also erneut den Bereich hier ungefähr um 16.290 Punkte anlaufen, wo sich für den Monat Dezember dann der obere Fibonacci-Fäger befindet. In den Vormonaten sind wir an diesen Fibonacci-Fäger immer wieder nach unten abgeprallt und möglicherweise, wenn wir hier hochlaufen und diesen Fibonacci-Fäger erreichen, wird auch diesmal dann wieder ein erneuter Rücklauf stattfinden zum 10er EMA. Gelingt hingegen der Durchbruch nach oben über den Fibonacci-Fäger, wäre dies natürlich ein langfristiges Long-Signal und dann wäre mit einem weiteren Hochlauf zu rechnen langfristig bis 17.000 Punkte. Brecken wir hingegen hier unter den 10er EMA durch, dann wäre dies ein langfristiges Schwäckesignal und wir könnten dann höchstwahrscheinlich Kurs nehmen auf die untere Widerstandslinie hier, die geschriegelte rote Linie und den unteren Fibonacci-Fäger im Bereich von ungefähr 14.000 Punkten. Gut und abschließend kommen wir dann zum S&P 500, der ebenfalls hier über den Widerstand bei 4.740 Punkten ungefähr angestiegen ist. Wir sind hier am Vortag nach oben ausgebrochen. Die nächste Anlaufmarke könnte nun hier die untere Trendkanalbegrenzung sein im Bereich von 4.820 Punkten ungefähr des alten steigenden Trendkanals und dann werden wir sehen, ob wir hier diesen Trendkanal zurückerobern können oder ob wir dann zunächst nach unten abprallen werden, also einen Retest durchführen dieser unteren Trendkanalbegrenzung und dann wahrscheinlich zunächst erneut Kurs nehmen hier auf den ehemaligen Widerstand, der nun zur Unterstützung geworden ist bei 4.740 Punkten. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem IMG Markets Morning Call für den heutigen Dienstag. Ich melde mich dann wieder am morgigen Mittwoch mit dem IMG Markets Morning Call und wünsche Ihnen noch viel Erfolg im heutigen Trading.